Die Stars sind zurück auf den Battlegrounds. Das ist die PUBG Mobile Star Challenge Europe. Die 16 besten Teams aus Europa kämpfen um ein Preisgeld von 42.000 Dollar. Das Turnier findet vom 19. bis 21. November statt. Notiert euch das Datum und kommt zur PUBG Mobile Star Challenge Europe. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.